So, und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Grace the F. Ja, ich hab echt mal richtig, ob ich nicht Tales of Grace the F, sondern Grace's. Ja, ich trotter, ne? Endlich funktioniert's mit der Aufnahme. Boah, ich hatte leichte Probleme. Irgendwie Tonprobleme und alles. Das war nicht mehr schön. Das war echt zu kacken. Nee, das war nicht zu kacken, das war zu kotzen. Hey, bin ich zu kacken? Oder was? Wuii! Komm her, ich hau dich. Oh, ich hab's für mich, ja? Ja, 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 ich hab's für mich, ja? Das ist schon richtig geile Techniken, die die draufhaben später. Und für sie auch... Ich mag das Spiel. Und für sie auch für mich, ja? Ja, ich hab's für mich. Na, ich hab's für mich. Ich hab's für mich, ja? Ich hab's für mich, ja? Vielen Dank, dass wir es werten. Ich hab's für mich, ja? Ja, ich hab's für mich heute. Lass mich dieses Husten machen. Wahrscheinlich ein Böder von so einer Art. Nein, es war nicht ein Böder. Was war es wieder? Wenn Hubert hier war, weiß er sicher nicht. Hubert, ist dein Bruder? Ja, und er ist super smart. Er lebt immer Bücher und studiert, also weiß er alles. Ich meine, ja, er ist ein bisschen ein Wuss, aber wer weiß, wenn er ein Genie ist. Du siehst sehr stolz. Ja, ich bin. Aber nicht überlebt, okay? Hey, ich werde weiter nachholen. Ja, voll. Sie lassen hier noch nicht mal einen hohen Ballisto aufessen, ey. Hammerart, die Helden heutzutage. Da gab's mal kein Gespräch, schade. Sehr, sehr schade. Ich weiß, dass die Starke ist ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, ich werde dich beschützen. Wenn du sagst. Kannst du mich? Was ist das? Was ist das? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Alles klar, Junge. Es ist Zeit, um zu spielen. Wenn wir hart tun, können wir... Da oben da oben! Da oben da oben! Da oben da oben! Daselblatt! Oh! 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 Ah! Oh! Da oben! Da oben da oben! Das ist was ich erwartet habe. Siehst du? Mit einem Team wie unser, Monster sind keine Chance. Ich bin mit deinem Team? Ja? Ja, natürlich. Wir brauchen dich, Richard. Ha ha ha. Du... Du bist nicht schuldig bei mir? Aber ich versuchte dich. Richard, es ist gut. Ich habe schon vergessen. Danke. 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 Ich bin wirklich glücklich, dass beide hier waren. Freunde? Ja, natürlich. Wir sind alle Freunde, Richard. Oh, ich sehe. Mein Daumen tut weh. Ich bin dein Freund auch? Ja, natürlich bist du. Was soll ein Freund machen? Ein Freund hilft dir, wenn du in Probleme bist. Du lacht zusammen, wenn du glücklich bist. Oh, komm jetzt. Sag mir die ehrlichste Wahrheit. Hast du vergessen, was es ist, Freunde zu haben? Oh, nein. Du bist alles vergessen. Ich weiß. Ich habe eine gute Idee. Du bist groß. Du bist großartig, um einen Freundschaft zu machen. Freundschaft zu machen? Das ist eine Tradition in unserer Stadt. Wenn du deinen Namen in einem Baum schraubst, und dann zusammenfasst, dann sagen sie, dass deine Freundschaft für immer dauert. Ja, das macht dich aber schön. Da. Dein Turn, Sophie. Ich weiß nicht, wie ich es schreibe. Oh, ja. Dann machen wir es zusammen. Komm mal, komm mal hier. Hey, ich habe den Titel für den Namen. Haha. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Wie schön. Okay. Now everyone put your hand in. Einer für alle. Alle für einen. Die drei von uns werden immer Freunde. Wir werden immer Freunde. Wir werden immer Freunde. Freunde. Ich find's geil, das Spiel. Oh, richtig. Now our friendship can never be broken. Ach, wie schön. Hey, schau. Die Sonne kommt. Und es wird Tag. Mann, habt ihr aber lange gebraucht. Wow. Ich werde mich erinnern. Diese Sicht und diesen Tag für den Rest meiner Leben. Herr Asbel. Nö. Ich bin weg. Herr Richard. Herr Richard. Hey, Frederick. Over here. Over here. Einer! Aber... So. Illekommen. Ich weiß nicht, du kannst eine Freundschaft machen, bei jedem Baum, den du möchtest. Warum haben wir dieses Baum für unsere Zeit genommen? Ich habe ein paar Gründer gesprochen. Sie sagten, wenn du ein Baum, das niemand weiß, wird die Freundschaft eine sehr lange Zeit dauern. Aber warum? Ich weiß nicht. Aber ich hoffe, dass du und ich und Richard immer wieder Freunde sein können. Auch nachdem wir aufgewachsen sind. Was über Hubert und Sheria? Wir haben zusammen gewachsen. Wir brauchen nicht einen. Hey, schau. Der Sonne kommt. Wow. Ich werde mich erinnern. Diese Sicht und diesen Tag für den Rest meiner Leben. Herr Asbel! Sind Sie da? Herr Richard! Herr Richard! Herr Richard! Herr Walla! Herr Oh! Rmod lang! Das ist eine Freundschaft bei der ganzen Treppe, die du möchtest. Also, warum haben wir dieses Treppe für uns genommen? Ich habe ein paar Grown-Ups gesprochen. Sie sagten, wenn du ein Treppe nicht mehr wissen, die Freundschaft wird eine sehr lange Zeit dauern. Aber warum? Ich weiß nicht. Aber ich hoffe, dass du und ich und Richard sein können immer wieder Freunde sein. Selbst nachdem wir uns aufwachsen. Was ist mit Hubert und Sheria? Wir haben uns aufwachsen. Wir brauchen einen. Es ist so eine gewöhnliche Worte, aber das ist die erste Mal, dass ich wirklich verstehe was, was es bedeutet. Was hast du gedacht? Ich habe mich über die Worte der Freundschaft. Ha! Es ist wie ich gesagt habe, du helfen uns zusammen, wenn du in Probleme bist. Du lachen zusammen, wenn du glücklich bist. Warte, ich verstehe. Du hast niemals einen Freund gehabt, hast du? Das ist nicht wahr. Warte, es ist okay. Sophie hatte keine Freunde bevor ich auch. Und nur weil wir einen Pakt gemacht haben, bedeutet das, dass du andere Freunde nicht mehr haben kannst. Du solltest mit allen, die du kennst, wenn du zurückgekommen bist. Ich denke... Ja, ich würde das gerne. Ich würde dafür, dass keine verdächtige Person in eure Nähe kommen. Ja, super Arbeit gemacht. Junge her. Es bin... Seid ihr verletzt? Es ist Prinz Richard unversehrt. Bitte, komm schnell zurück nach London. Alle machen sich schreckliche Sorgen. Blö, blö. Boah, was seid ihr für Pussys? Zwei V nigga. Bele, blö. Oh, scheiße! Lass mich nicht ¡Lass mich nicht! Lass mich nicht! Komm her! Was ist das? Du bist der Pozess! Ich habe einen Level. ha 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 welcher bietet 30 ich glaube ich bin eigentlich schon zu stark okay wir spielen ob auf die schwierigkeit war noch mal böse da ist schon nicht verkehrt weil okay jetzt als kind nicht wirklich so schwer durch baubliche zeit noch mal ich würde sagen später ja später immer wird schwerer wir erwachsen haben wir gedenkt nicht durchgelegt dass ich wieder wachsen ich spiel heute kein tat haben zum rumzumachen schweige ein wiederfahrt obwohl ich habe ein weiter für guten halt jetzt mit die fp weil ich damit bisschen fahrung ja also die titel steigern kann was wir glaube ich auch deswegen werde ich auch so viel gegner wie möglich mitnehmen ich bin bis zu achten bis zum menschen mit dunem kopf drauf ich habe mich gerade einmal erkannt wo auch so viel zu 2000 mit schlechten wie auch nicht das schöne ist später sieht die tru mehr fahrt noch nicht das wurde ich doch noch nicht all 11 in die frische abba 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 lord aston please do not be angry with asbel he saved my life respektfully your highness your life was in danger only because he spirited you away this is untrue lord aston i asked your son to show me the town if there is blame to be a sign for our actions it belongs to me alone richard gute freunde sie halten sich die treue auch wenn das nicht anders geht ist mir doch grad scheiß egal i will forgive asbel's role in the threat on your life i am grateful lord aston but this is not over asbel i told you to avoid lawn hill and you disobeyed me tja and worse you make you work and share your life to shield you the search party was delayed for hours as a direct result of your actions boah stelle ich nicht an you pussy you are confined to your room until further notice fine i'm sorry asbel i tried that's okay i know what you would have done if you hadn't said anything thanks richard i fear i have more news prince richard while you were out we received an urgent message your father the king has taken ill you have been ordered back to the capital without delay the word eat out i afraid so you should prepare to depart at once as we cannot allow bryce to remain unguarded i will escort you back myself bye 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 Ich bin Hubert. Ja, Papa? Du kannst uns auch mit uns. Du kannst mich in der Kapital? Was ist er? Denn du bist in deinem Raum, oder? Du bist so gross, dass du schon vergessen hast? Hubert hat viel Spaß. Ich bin sorry, Aspel. Keine Angst, little brother. Du hast eine gute Zeit, okay? Oh, okay. Ich werde dir ein Wunsch von Souvenirs. Er bekommt eine Vakation, und ich werde verabschiedet. Just great. Wenn du in der Kapital bist, solltest du mich sehen. Wenn du mich sehen möchtest, ich zeige dir über den Kapital. Oh, ich bin definitiv da. Warte. Hier. Es ist nicht ein Reward. Ich habe es nur für dich. Wenn du in der Kapital bist, zeig das zu den Garten. Sie lassen mich wissen, dass du schon gekommen bist. Ich habe esn ganzen countryt. Ja. Gute der Kapital bist du auf jeden Fall. Ich dachte, ich habe mehr Zeit. Aber ich muss gehen. Ja. Ich will dich ansprechen. Okay, ich werde dich verabschieden. Bye bye! Wieke, wieke! Keine Träger, meine Frau. Das ist in Hubert's beste Interesse. Ich weiß, es ist nur... Hey Hubert, mach das mit dir! Ein Talisman! Es ist ein guter Glück-Tarm. Es wird dich von Angst, selbst wenn ich nicht umgekehrt bin. Hey, ich bin nicht Angst! Das ist genug Hubert, wir müssen weg sein. Okay! Auf Wiedersehen, Herr Asbel. Und ich weiß, was in dem Sack drüben ist. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Hey Hubert, hey Hubert! Hey Hubert! Hey Hubert! Es ist wirklich okay! Entschuldige mich, Herr Asbel, aber... Ja, ich weiß, zurück in meine Wohnung. Dad denkt, ich werde hier stehen? Er ist verrückt! Keine Tür kann mich zurückhalten. Ich werde nur das Wasser hier verwenden. Und... 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 Kloppbart Bis dann. Tschus! Tschus! Tschus!